Servus, das Videomaterial, das ihr nun seht, war das letzte Videomaterial mit der Kamera, die auch die Bildstörungen verursacht hat. Das hatte ich noch hier gesichert, bevor ich die Kamera nach Neustadt habe. Und Neustadt ist ja halt eingebrochen worden und wobei auch die Kamera entwendet worden. Und ich habe mich ein klein bisschen darüber gefreut, dass ich noch Videomaterial darüber gefunden habe. Leider war das halt eher das uninteressanteste Thema. Und das habe ich auch nicht deswegen gesichert gehabt, weil ich das ja noch hier in Maikammer gefilmt habe. Und da gab es halt noch ein Backup. Die nächste Folge der Käferaufbaureihe werdet ihr wahrscheinlich beim Käfer, beim Nils Hohmann auf dem Kanal sehen. Und nicht hier auf dem Kanal, ich weiß nicht, das wird die nächsten Tage wahrscheinlich online gehen, denke ich mal. Und jetzt starte ich mal mit dem Video, gebt mal eure Kommentare dazu, weil das Thema war fast zu einfach. Ich habe mir noch überlegt, soll ich das Video überhaupt veröffentlichen oder nicht? Soll ich es lieber bleiben lassen oder nur für Mitglieder veröffentlichen? War mir nicht so ganz sicher. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Servus, so eine kleine Fingerübung für zwischendurch. Ich rüste gerade ein paar Sensoren nach und zwar bei dem Pontiac Cabrio. Der Hintergrund ist das, dass der unheimlich unübersichtlich ist. Und gerade fand ich, die Schnauze halt wirklich einen Meter länger ist, als man denkt, wenn man drin sitzt. Und ich beim Einparken wirklich Probleme hatte. Ich habe eigentlich gar kein Auto mit Parksensoren, weil die alle sehr übersichtlich sind, die Wagen, die ich sonst fahre. Aber der ist echt ein Horror. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Außerdem kosten die Teile ja nichts mehr. Ich habe jetzt so China-Scheißdreck gekauft. Bin mal gespannt, ob sich der Aufwand auch rentiert, ob das gescheit funktioniert. Dafür habe ich jetzt hinten schon Löcher gebohrt. Also hier hinten an der Stoßstange seht ihr schon die Löcher für die Parksensoren. Das mache ich eigentlich immer. Das habe ich jetzt auch nicht gefilmt. Mit Kreppband, dass ich halt Kreppband hinten draufklebe und mir anzeichne. Weil da kann man wirklich genau gucken, ob die Position von den Löchern stimmt. Habt ihr Rücklichter schon mal rausgenommen, weil ich jetzt durch die Stoßstange hinten hoch muss und will praktisch in den Kabelbaum oder durch den Kabelbaum rein in die Karosserie. Und vorne habe ich das selber gemacht. Also ich habe acht Parksensoren gekauft. Hier sieht man schon, hier war die Position relativ schwierig zu finden. Ich bin mal gespannt, ob ich hier nicht Störsignale kriege durch die Kante hier. Wenn nicht, muss ich die Parksensoren ein bisschen leicht drehen. Dann müsste es normalerweise funktionieren, weil die oben so ein bisschen abgekappt sind. Das Auto ist eh nicht schön, was sie da nachgerüstet haben, weil die haben hier Lichter drauf gemacht und das sind keine Blinker. Ich habe auch erst gedacht, das wäre ein Blinker. Das ist ein Standlicht. Das mussten die scheinbar nachrüsten, weil normalerweise die Lampen haben zwar Standlicht, aber da hätten wir das so verkabeln müssen, dass die Lampen halt offen stehen bleiben, wenn man Standlicht anhat. Und das war scheinbar dem Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzern viel zu aufwendig. Und darum haben die das nicht gemacht und haben lieber da so Lichter reingesetzt. Naja, mir wäre die andere Lösung lieber. Das Verkabeln ist jetzt auch kein so großes Problem, dass die Lichter dann halt aufbleiben, wenn man ein Standlicht anhat. Aber es war scheinbar in dem Moment so anspruchsvoll oder warum auch immer das nicht gemacht wurde. Schade drum. Aber es ist ja nicht so, dass es die Teile nicht zur Verfügung gibt. Vielleicht ändere ich das irgendwann, wenn ich mal wieder eine rote Schnauze kriege. Die Schnauze hat es eh schon fast hinter sich, weil wenn man da genau guckt hat, die auch ist. So, jetzt bin ich gerade bei, die Park-Sensoren reinzusetzen. Ist ein bisschen knifflig, weil hier habe ich zwar genug Luft, aber hier an der Seite sitzen so Plastikelemente drin, die praktisch den Aufprall, wenn dann Aufprall stattfinden soll, noch ein bisschen kompensieren. Und da muss ich jetzt irgendwie das Kabel hier hochkriegen. Ja, das wird jetzt halt eine Fummelei. Ich werde wahrscheinlich mir jetzt ein Kabel holen, das ich von da oben versuche. Hier das Loch zu bringen und dann das Kabel von den Park-Sensoren da dran kleben und dann gerade wieder zurückziehen. Normalerweise sitzen hier in den Löchern immer so Plastikteile. Also kann man sagen, wie ein Dübel. Und da war original in den vier Löchern nur noch einer drin. Also die muss ich nachbestellen. Da müssen dann nochmal die Rücklichter raus und müssen die rein, weil normalerweise, die werden schon von den Rücklichtern gehoben, aber das ist nicht ideal. Oder ich muss mir was anderes einfallen lassen, weil so lasse ich es auf keinen Fall, dass es da ungesichert irgendwie da oben dran ist. Sie ist zwar an der Seite noch fest, ich will jetzt halt nur vermeiden, dass ich wegen den Park-Sensoren die komplette Stoßstange abnehmen muss, weil das wäre eine größere Aktion. Na, das wird doch ein bisschen pummeliger, als ich mir das gedacht habe. So, schwierig wird es hier gleich am Anfang, weil da ist es relativ eng. Da muss ich jetzt den Stecker irgendwie durchbringen. So, das müsste aber jetzt schon, ja. Und schon ist es erledigt. Allerdings habe ich jetzt aber auch bestimmt fünf, sechs Minuten lang gefungelt, bis ich das da durch hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die in die Löcher passen. Jetzt muss ich auf das Top achten, dass die auch richtig ausgerichtet sind, weil ich glaube, im Nachhinein drehen, das wird schwierig. So, einer von acht. Jetzt habe ich alle vier Sensoren schon mal in der Stoßstange sitzen, jetzt habe ich wieder Bildfehler. Ah ja, das geht jetzt trotzdem. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ich mir markiere, welche Sensoren außen sitzen, welche Sensoren innen sitzen, schon stimmt das später mit der Anzeige halt nicht. Und deswegen führe ich sie jetzt nacheinander durch diese Gummimuffe. Die habe ich schon nach innen gezogen, damit ich die Kabel leichter durchführen kann. Und spätestens, wenn sie hier durch die Gummimuffe sind, schreibe ich mir auf, hinten rechts oder hinten außen, Quatsch rechts außen, rechts innen, so weiter und so fort, damit ich sie später noch unterscheiden kann, bevor ich die Kabel hier richtig reinlege. Wie die Kabel vorher gelegen waren, das war eh so ein bisschen ein Horror. Also, das werde ich auch noch versuchen, ein bisschen mehr aufzuräumen. Das gefällt mir alles so nicht. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich hier mache, wo die ganzen Dübel, oder wie man es auch immer nennen will, fehlen. Blinkt es jetzt auf der anderen Seite? Ja. Okay. Das Licht da, zwei Seiten rot? Ja. Sind jetzt zwei Lichte in der Mitte an? Und zwei weiße? Ja. Okay. Und jetzt wird das rote Licht, warte mal, und jetzt, was passiert jetzt? Das Licht geht auf der rechten Seite. Ah, auf die linke nicht? Nein. Okay. So, jetzt treten wir nochmal die Bremse. Wir können treten. Okay, jetzt geht beides. Danke. Das war's. Also, das Heck habe ich wieder zusammengebaut. Mit den Kabel bin ich jetzt im Innenraum. Das ist alles wunderbar. An den Kabel habe ich auch schon die Verlängerung angefügt. Also, hier sind zwei. Das sind die von den Sensoren, weil die natürlich mehr Kabel bis hierhin gebraucht haben. Und hier sind nochmal zwei. Das waren dann von den Sensoren. Das ist alles gut. Und das Kabel ist auch schön lang. So, dass ich wirklich keine Bedenken habe, dass das bis kurz im Cockpit gelangt. Allerdings waren von den Verlängerungskabeln, halt nur vier Stück dabei, für die hinteren Sensoren. Und von vorne waren keine dabei. Wer jetzt sich überlegt, wie lang die Schnauze von dem Auto ist, und dass die Originalkabel halt von dem Teil, von hier hinten, nur bis hierher gelangt haben. Also, so. Hier geht es durch die Wand durch, in dem Rücklicht und so rüber. Ich glaube nicht, dass die im Motorraum langen, bis in den Innenraum rein. Also, ich lege jetzt mal das Kabel vor, bis ich vorne halt am Armaturenbrett bin. Und dann setze ich erst die vorderen Sensoren, weil ich habe die Befürchtung, dass ich das Steuergerät von dem ganzen Rahmen, da, das hier, in den Motorraum setzen muss. Und das wäre mir eigentlich nicht so lieb, weil die Vibrationen Motorraum, die Hitze im Motorraum, das tut der Elektrik auf die Dauer nicht gut. und anschließend werde ich das auch ganz anders, da, wie das da drauf steht, weil das gefällt mir auch nicht, aber da komme ich später dazu. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Sensor hier, den habe ich schon gesetzt, also vorne sind auch schon drei Sensoren drin, der fehlt noch, und das Kabel, das langt leider nur bis hierher. Was haben wir denn da für ein Kabel? Das müsste es sein. Nein, das ist das falsche. Das hier. Das langt leider nur bis hierher. Also, wenn man das sauber verlegt, und das ist natürlich scheiße, jetzt habe ich geguckt, wenn ich es auf der anderen Seite legen würde, würde es auch noch bis knapp hier in das Armaturenbrett gehen, was dann heißt, dass ich Steuergerät nicht im Innenraum montieren könnte, sondern nur hier im Motorraum. Das passt mir überhaupt nicht. Deswegen überlege ich gerade, ich gucke mal, wie lang das Displaykabel ist, vom Display, dass ich Steuergerät hinten in den Kofferraum setze, und ob das Kabel halt langt, dass das Display halt am Armaturenbrett irgendwo, ich will das nicht so offensichtlich obendrauf bappen, das gefällt mir dann auch nicht. Irgendwo ein bisschen versteckt. Ja, wenn ich das Steuergerät natürlich im Kofferraum montieren will, muss ich die ganzen Verlängerungen, die ich schon angebracht habe, an den Sensor hinten, muss ich jetzt an die Sensoren anschließen. Sprich, ich habe das umsonst da durchgelegt, aber das hat jetzt nicht so arg lang gedauert, wäre nicht so arg schlimm. Das scheint mir jetzt nicht so arg zu sein, das ist ein ganz einfaches Display. Und wenn man das aber sauber verlegt, dann braucht man schon jede Menge Kabel, deswegen schaue ich das erstmal vorher, bevor ich jetzt nochmal unnötig Arbeit mache. Die Parksensoren sind jetzt fertig, ich habe sie auch schon ausprobiert, die funktionieren soweit. Was ich hier halt noch machen gemusst habe, war eine Nummernschildhalterung bauen, das war jetzt ein bisschen aufwendiger, von unten was an die ganze Konstruktion, an die Frontstoßstange dran zu schrauben. Was nicht gestimmt hat, war der Anschlussplan, also in welcher Reihenfolge, welche Parksensoren angeschlossen werden. Das hat überhaupt nicht mit dem Plan eingestimmt, ich habe das gerade so gemacht, als ich halt umsonst gesagt habe, erstelle ich die Starte vor, erstelle ich die Starte vor, und habe sie dementsprechend die Position so getauscht, bis es am Schluss gepasst hat. Es war ein bisschen aufwendig. Dann der Anschlussplan, das Zweite, was mir nicht gefiel, war die Parksensoren hinten, die gehen mit dem Rückfahrscheinwerfer an, das passt soweit. Aber die Parksensoren vorne, die gehen mit der Bremse an, also mit dem Bremslicht, so soll man es eigentlich anschließen. So habe ich es jetzt vorerst auch mal gemacht, wenn mich das aber stört, weil normalerweise macht es in meinen Augen nur Sinn, wenn man Automatik fährt, dann kann man ja immer rollen lassen, und kann die so leichter auf der Bremse stehen, dann gehen die Parksensoren. Aber beim Schaltgetriebe, ob das so Sinn macht, das werde ich halt sehen. Wenn das nicht funktioniert, hänge ich das Ganze an die Rückwärtsgangssperre. Also der hat ja eine elektronische Rückwärtsgangssperre, und wenn da dann Plus draufliegt, dann macht die Sperre auf, beziehungsweise wenn ich unter 5 kmh mit dem Ding fahre, dann ist die Sperre offen, dann kann ich auch den Rückwärtsgang einlegen, und da macht es eigentlich Sinn, dass die Parksensoren dann an sind. Aber das probiere ich jetzt erst mal aus, ob es mit dem Originalanschlussplan soweit klappt. Man muss halt mal ein paar Tage mit rumfahren, einparken, ausparken, mir das Ganze mal anschauen. Tatsächlich das Aufwendigste an dem ganzen Einbau war, eigentlich die Kabel durchs Auto legen. Von dem das Aufwendigste war, durch die Feuerwand zu kommen, weil ich halt gern den Weg von Originalkabelbäumen entlang gehe. Und ihr habt ja gesehen, dass ich die Verlängerung, die ich erst für die hinteren Parksensoren benutzt habe, dann wieder abgemacht habe, wieder die ganze Kabel rausgezogen habe, wieder an die vorderen Parksensoren dran gemacht, damit ich das Steuergerät halt hinten im Kofferraum habe, weil mir das vorne im Motorraum nicht gefiel. Und das war auch so ein bisschen blöd, weil ursprünglich will man ja sowas eigentlich irgendwo unter das Armaturenbrett packen oder so. Und das klappt halt mit den Kabellängen gar nicht. Da muss man sich entscheiden, entweder Motorraum oder Kofferraum. Ich denke, Kofferraum ist da eindeutig die bessere Wahl wie Motorraum, wo die ganze Hitzeentwicklung und so weiter ist. Das war es jetzt soweit in dem Video. Und ich habe schon wieder Bildstörungen und das ist jetzt der beste Zeitpunkt, um sich zu verabschieden. Und tschüss. Das nervt aber schon ein bisschen brutal. Ich bin schon mal hier gespannt. Den Front austesten. Blöde ist jetzt, dass das Ding erst anzeigt, wenn ich logischerweise auf der Bremse stehe. Ist nicht ganz so geil. Oder 0,7 Uhr gezeigt. Jetzt. 0,4. Da kann ich noch ein bisschen. Jetzt. 0,3. Naja, so losse ich jetzt. Das sieht jetzt vielleicht für euch enger aus, aber das sind ungefähr 30 cm.